Ich höre, dass Sie werden diese Woche entlassen? Wo ist die Kohle? Hab ich da graben. Voll. Also die Stand-Tam-Lich noch nicht. Wieso vergriebst du das Geld denn mit auf einer Baustelle? Ja, ich dachte, die verlegen da bloß so Rohre. Ich suche meinen Heizungskeller und grabe mich ran ans Geld. Universal-Schlüssel bekomme ich dann auch als Lehrer, oder? Sie sind nicht verbeamtet, nehme ich an. Nee, nicht so. Ich arbeite jetzt morgen. Ausliffslehrer. Ach. Wir arbeiten auch hier. Mein Beileid. Sie sind ein Brudermann. Knackt mich nicht an hier. Diese Witze! Ich will, dass diese Klasse unter Kontrolle gebracht wird. Unterricht hat angefangen! Oh mein Gott, ist das so flutzt! Oh, ey! Ey, das ist Biki! Das geht gleich schnell wieder raus! Die behindert war! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! 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 Vielen Dank.